gewesen aber es war keine ok ok hat sie erledigt falls die übrigens bei mir gefällt koffein würde ich mich sehr über ein follow freuen wenn du das noch nicht gemacht hast ist aber natürlich kein muss mir zu folgen wir gehen das ding dann mal fixen lauf schneller habe ich hier schon habe ich hier in der tats ja da unten meine erste amt tat ich laufe los und will hoch zu kommen war mit diesem komischen töfte hoch und oben direkt liegt eine leise ja auch gerade hochkommt ja das dazu ich habe keine ahnung wie gesagt ich kam gerade wieder ich war gerade überfordert mit der tür aufzumachen aber ja man musste man musste da diese pinöpel pinöpel drücken pinöpel ja um die türen um die türen zu öffnen muss man solche kraken da drücken ich glaube es sind pilze ich glaube auch das sind pilze sechs stück davon und das ist gar nicht so einfach ich kann noch meinen was erzählt ich habe die sabotage von den reaktoren mitgekriegt bin da hingegangen aber auch sind drei Leute sind da wo ich nach oben gehen auf einmal sehe ich die leichte ja ich stand direkt auf der leiche als ich von diesem ding darunter gesprungen bin ja ich bin mit der bahn rattern hoch und ja und ich komme von der leiter unten hoch und auf einmal sehe ich die leichte und du hast schneller reportet als ich self report ja ich habe den report button ja auch gespand also schon während ich auf dem dinge noch war deswegen also ich habe keine ahnung ich habe mit stefan reaklor gefixt ich habe mich jetzt gerade verarscht ich komme gerade vom pipi ich habe stefan noch davor gewinnt ich glaube lamalina oder irgendwer hat mich eben gerade noch in der küche gesehen und dann bin ich straight nach oben gelaufen ich weiß nicht weil ich guck mal chillt in der morgen aus ich bin ganz auf der anderen seite ich war gerade beim reaktor und ich bin jetzt unter greenhouse wo bin ich denn eigentlich ich bin noch reaktor ich bin noch so gar mit drauf hätte ich fortleben gewartet wäre er geflogen glaube ich fortleben wäre fast geflogen btf fliegen für nichts tun what the fuck guy what the fuck guy ähm pflanze kristall pflanze operấn indian endlich warum gilt jetzt ein imposter wollen sich selbst verliebt hat sich selber getötet oder so ich weiß es nicht direkt also ich habe ich habe rechts neben dem button so ein bisschen rum geballert das ist immer gut durch den rücken in den rücken durch die brust ins knie in den kopf genau manche lucky shot ich habe muss gesagt ich habe keine haushalten ich habe euch überhaupt nicht mehr also ich stehe gerade um der communications und da sind mir pilze hochgewachsen also gibt es ja doch türen wusste ich nicht durch ist bei comms ja oben gerade ich habe gerade wie lange bist du dann schon da wenn ich mir fragen darf ich bin direkt nach dem meeting und das ist gelogen weil instant hochgelaufen sind erst mal haben und ich und ich war dann da oben habe meine task fertig gemacht und hatte da oben niemanden gesehen bin nämlich extra noch mal eine runde gelaufen und bin dann erst runter zu bergbau ist recht ich habe vergessen ich war noch vorhin kafeteria habe das wassertag zu ende gemacht ja weil ich bin gerade nämlich da oben erst weg erzähl weiter erzähl weiter also black lady glaube ich nicht dass sie böse ist aber da als raben so auf mich pushen will weil ich nur was vergessen habe ist raben für mich böse ja 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 und rabenkrähen fliegen ja normalerweise auch immer oder bleiben in der nähe ihrer beute also ihrer leiche und rabenkrähe und raben war letzte runde schon in der nähe der leiche also er war schon in der nähe der leiche also das problem ist da kam jemand hochgefahren ich kann mit der leiter hoch und hat und hat vielleicht in er war nur mit den reporten schneller als ich erfahrten das problem ist du bist ein hühnchen hühnchen essen alles auch am ongis ja ok wir gehen jetzt in simpel Das ist ein Lapp. Das ist ein Lapp. Das ist ein Lapp. Das ist ein Lapp. Die 16. Ertlärm. Der Lapp. Der Lapp. Der Lapp. Mann tötet doch nicht. Nuchen liegt vor Lapp. Dann würde ich dann würde ich Fortlin rausnehmen. Wir sind oben in Comps. Da wollte ich auch gerade hin. Waren noch ich mein zwei Leute mit da. Raben und Akko. Das sag ich doch. Raben ist böse. Ich bin doch gerade erst zurückgekommen. Du bist gerade rumgelaufen. Wirklich? Ich bin der liebste. Ich habe eine gute Hitrate damit. Also einmal. Oder zweimal. Oder dreimal. Ich bin der liebste. Ich bin der liebste Mensch auf Erden. Also ich habe damit nichts zu tun. Ich bin ja gerade erst zurückgekommen. Wo liegt die Leiche jetzt gerade? Äh, vor Lapp. Vor Lapp. Wo ist ein Lapp? Da unten. Und unten. Okay, ich bin ausguck. Also bei Ernsthaftigkeit Alarm Alina kann ich rausnehmen. Die ist mit der Com hoch. Und ich bin jetzt schon bei Upper Engine. Ich verzweifle gerade an dieser Com star star. Mit den Welten. Ich kann mich selber rausnehmen. Weil als ich kam. Jetzt kommst du mit dieser Wasche. Hm? Hm? Sie zieht sich. Sie zieht sich. Da war die Leiche schon, äh, da. Ah ja. Also was ich gesehen habe, ist das Raben gerade reingelaufen ist. Und danach, ähm, Stefan reinkommt. Ich cross Raben und ich krieg den Report Button. Was geht's los? Ich bin ja 8 Minuten zurückgekommen. Oh, wei, wei. Und da sind wir ins Lab reingelaufen. Also Raben war jetzt schon dreimal in der Nähe einer Leiche. Ich weiß nicht, wenn ich sag's, wie es ist. Aber er trifft zumindest richtig für seinen Namen, also. Mhm. Ja, der lecker war. Nö. Nee. Dafür ist die Schokolade günstig. Aber dürfen wir dich anzünden. Ja, aber ist jetzt euer Call wirklich Raben oder was? Ich hab ihn, ich hab ihn gevotet, weil ganz ehrlich, er war dreimal in der Nähe an der Leiche. War beim, ähm, Button Kill auch in der Nähe? Hab ich das irgendwie überhört? Keine Ahnung. Also ich weiß es nicht mehr. Ich meine, ich meine, irgendwer hätte gesagt, Raben war dann in der Nähe. Ich bin jetzt nicht dran in der Nähe. Also ich bin, anfangs der Runde bin ich mit Raben, bin ich mit Raben und Knochen in... Aber wer verportet mich? Also ich hab geskippt. Die imps wahrscheinlich. Tschüss. Oh. Oh! Hallo! 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 Wer war jetzt gerade alles bei dem Ausguck? Hallo! Ich war da. Akku und ich stehen jetzt gerade noch da. Lama, Akku und ich. Genau. Ich habe keine Ahnung, ich habe Stefan zugeguckt. Warte mal, wenn wir drei alle im Ausguck waren, bleiben ja nur noch Scouti und Stefan. Wer hat jetzt Stefan zugeguckt? Ja, wo liegt denn die Leiche? Akku. Die liegt oben bei Coms. Der ist aber noch nicht alt. Ich kam nämlich, zum Ausguck kam ich aus der Minen. Dingsbums. Und davor war ich Comunications. Also ich bin die Treppe hochgegangen und da liegt die direkt. Wer hat den? Die ist nicht alt, die ist maximal 15 Sekunden alt. Also ich würde vermuten, dass die in dem, zwischen dem Zeitraum, wo ich in der Mine war, gefallen ist. Und ich bin dir begegnet, als ich aus der Mine kam. Also ich habe, ich habe gesehen, wie Stefan im Lab war und dann ist Stefan aus dem Lab rausgelaufen. Dann hat er so diese, diese, dieses Pilz aktiviert und habe ich ihn verloren. Jetzt weiß ich nicht, wo er hin ist. Ich bin jetzt gerade oben in Coms. Ah! Und da liegt die Leiche. Warum hast du denn nicht... Wir haben Lab Coms gefixt. Ich habe unten... Komischerweise hatte ich... Du hast glaube ich unten gemacht, Fordl, ne? Ja. Du warst in Lab und bist jetzt in Coms? Ja. Hä? Hä? Ich bin übers Deutsch und dann ab zu Coms hoch. Das kann man nicht... Ach so schnell? So schnell? Aber wer hat jetzt Coms gefixt? Möchte es mal einer sagen? Na du und Scotty wahrscheinlich. Ich bin noch nicht mal... Also ich bin nicht richtig in Coms drin. Ich bin im Prinzip diese Treppe vor Coms hoch. Aber du hast... Gefixt. Es wurde jetzt von gefixt geredet. Wer gefixt hat. Ich habe nichts gefixt. Black Lady. Stimmt. Das ist ja möglich. Also ich weiß ja nicht. Aber es gibt immer noch Leute, die während der Runde noch gelebt haben. Und jetzt nicht mehr leben. Gut. Also wenn Skoudin Stefan Zock dann nicht gefixt hat, dann hat er wohl wirklich Black Lady. Das heißt, Black Lady wurde nach dem Com fix gekillt. Und dann war es entweder Skoudin oder Stefan. Würde auch vom Zeitraum Sinn machen. Ja, also Fordl in deiner Position war im Moment auch unbekannt. Ja, ich habe ja Com gefixt unten alleine. Ach stimmt. Fordl in ist jetzt gerade aus dem Ausguck raus. Vor zwei Sekunden gefühlt. Ist mir doch vorhin schon da rausgecrossed. Also Fordl in... Als ich reingelaufen bin... Also Fordl in... Fordl in kann es auf jeden Fall nicht sein. Für den Kill. Würde ich vermuten. Für den Kill. Stefan, wie hast du jetzt gevotet? Stefan, wie hast du jetzt gevotet? Äh, Skoudi. Warum nicht? Ich gehe auf Stefan. Ich gehe auf Stefan, weil allein die Laufweise... So schnell kommt niemand. Von A nach B. Ich gehe für mein Bauchgefühl. Hast du dich selber gevotet oder was? Nee, dich, Skoudi. Ich gehe mit den Kruieren. Ich gehe mit den Kruieren. Beebe ich mich nicht. Ich gehe mit schnellen. Ausguckstrahl. Das ist so cool, was ist das denn für eine Animation? Hallo, ich möchte das noch mal diskutieren, weil Lamina nimmt Fortlin raus. Stefan hätte das zeitlich hinbekommen, von Lab aus auf zu Coms.com, aber ich denke nicht, dass er den Kill hätte machen können. Weil? Ich habe ihn ja in Lab gesehen und zeitlich, wenn es nach dem Coms fix war, hätte er diesen Kill nicht machen können. Naja, mit Vents bestimmt, oder? Ja, aber wie gehen denn die Vents? Ich habe keine Ahnung. Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht gibt es im Internet ja eine Map. Ich hatte eine Imposterrunde. Also ich habe... Ich sage dazu, ich habe letzte Runde Fortlin gevotet. Deswegen ist er auch in Teilen stunden. Lamalina hat, glaube ich, Stefan gevotet. Das ist korrekt. Stefan und Fortlin haben Scouti gevotet. Ich habe Fortlin gevotet. Warum hast du Fortlin gevotet? Ich habe Stefan gevotet. Also... Und der Grund, warum ich das gevotet habe, ist, weil Lamalina darauf betreuert, dass Fortlin Croomin ist. Mein Problem ist, ich weiß nicht, ob Lamalina und Fortlin ein Duo sind. Dann wärst du schon... Dann wärst du drei. Nein. Ja... Ja, die müssten halt töten. Und deswegen habe ich... Das habe ich Angst, weil ihr habt euch zwar nicht ganz abgesprochen, aber ihr habt gefragt, wen votet ihr? Und dann... Ja. Habe ich halt darauf gehofft, dass ein... Ich habe nur gefragt, wen Stefan votet. Ja. Und du hast dann, glaube ich, mit Stefan auf Scouti gevotet. Ja. Ja, weil ich Stefan glaube, dass er den Kill nicht gemacht hat, sondern Scouti den Kill gemacht hat und Panik geportet hat, weil er gesehen hat, dass da jemand kann... Ich habe eine... Ich habe eine Van-Connection gefunden im Internet. Okay. Also, die Vans gehen... Das eine Van-System geht von Kitchen über Jungle nach unten. Ja. Das andere Van-System geht von Lockout nach Reaktor nach Coms. Und das andere geht von Lab unter Storage vor Cafeteria und in Splash Zone. Ich kann es mal... Hä? Ich bin nicht mitgekommen. Ich schicke es mal... In Amongi. In Amongi. Also... Wenn aber halt ein Van von Lab zu Storage geht, dann könnte es natürlich zeitlich mit Stefan... Ich habe es mal in die... Ich habe es mal in die Amongi Lobby geschickt. Die sieht, glaube ich, nicht jeder hier am Rad. Achso. Aber da habe ich die Van-Connections mal reingeschickt, die ich im Internet gefunden habe. Von der Map. Ich gehe wieder für mein Bauchgefühl. Nee. Fortlin, das wird nichts. Ach, Leute! Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Ja, Lamina, Lamatina und Fortlin sind da. Ja, die haben gewonnen. Ach, die haben beide gewonnen. Juhu! Ich habe es mit témin.. Wir sind gerettet.